In diesem Video erfährst du, wie eine Anti-Aging-Ernährung aussieht. Ich zeige dir die wichtigsten Faktoren, auf die du bei der Ernährung achten solltest, um deinen Alterungsprozess zu verlangsamen und langfristig jung zu bleiben. Dabei geht es mir aber nicht darum, ein bestimmtes Lebensmittel oder Nahrungsergänzungsmittel als Wundermittel zu verjüngen und darzustellen, wie es häufig gemacht wird, weil das bei vielen Menschen zu dem Irrglauben führt, man müsste nur diese eine Substanz zu sich nehmen, egal wie die Ernährung sonst aussieht. Solche einfache Lösungen hören wir zwar gerne, sie entsprechen aber meistens nicht der Wahrheit. Es geht vielmehr um langfristige und ganzheitliche Ernährungsgewohnheiten, die über die Jahre dazu führen, dass wir langsamer und gesünder altern. Und genau diese Faktoren möchte ich dir heute vorstellen, ohne Anspruch auf Vollständigkeit und ohne diese nach ihrer Wichtigkeit zu ordnen. Der Zusammenhang zwischen Gesundheit und Ernährung wird immer noch von vielen Menschen heutzutage unterschätzt. Unsere Ernährungsweise kann nicht nur die Entstehung diverser Erkrankungen, wie Diabetes, Herz-Kreislauf-Erkrankungen und sogar Krebs, begünstigen oder verhindern, sondern hat, auch wenn sich keine Erkrankung manifestiert, einen Einfluss auf unseren Alterungsprozess. Dementsprechend haben wir mit den richtigen Ernährungsgewohnheiten, ohne dabei zu streng sein zu müssen, einen großen gesundheitlichen Hebel, den wir nutzen können und sollten. Dabei müssen wir uns nur an den griechischen Arzt Hippokrates halten. Der hat nämlich schon vor ca. 2500 Jahren gesagt, eure Nahrungsmittel sollen eure Heilmittel sein und eure Heilmittel sollen eure Nahrungsmittel sein. Was sind jetzt aber die wichtigsten Punkte, auf die man bei der Ernährung achten sollte? Ein grundlegender Faktor, der wahrscheinlich auch jedem sofort einleuchtet, ist, dass wir uns möglichst unverarbeitet ernähren sollten. Auf Fertigprodukte und industriell verarbeitete Lebensmittel sollten wir möglichst verzichten. Unverarbeitet ist ein sehr dehnbarer Begriff, deshalb muss man hier differenzieren. Es gibt natürlich Produkte aus hochwertigen Zutaten, die in wenigen schonenden Verarbeitungsschritten hergestellt werden. Solche Produkte sind definitiv nicht das Problem, sondern industriell hochverarbeitete Produkte, die aus minderwertigen, pestizidbelasteten Zutaten bestehen und mit großen Mengen an Zucker, Salz, billigen Pflanzenfetten und Zusatzstoffen aufgepeppt werden. Solche Produkte enthalten kaum Ballaststoffe, kaum Mikronährstoffe, sind kalorienreich und bilden in ihrem Herstellungsprozess sogenannte AGEs aus, Advanced Glucation End Products. AGEs sind Verbindungen aus Zucker- und Eiweißmolekülen, die im Rahmen der Myladreaktion durch Glykierung entstehen. Hört sich jetzt komplizierter an, als es ist, das beschreibt im Endeffekt nur einen chemischen Prozess, bei dem Proteine mit Kohlenhydraten ohne Beteiligung von Enzymen irreversibel miteinander reagieren. Diese Reaktion kann Endogen oder Exogen, also innerhalb oder außerhalb des Körpers erfolgen. Und die größte exogene Quelle für AGEs ist neben dem Rauchen unsere Nahrung. Denn wenn Proteine zusammen mit Zucker über 120 Grad Celsius erhitzt werden, vervielfacht sich der AGE-Gehalt im Vergleich zum unverarbeiteten Lebensmittel. Wenn wir diese Lebensmittel dann konsumieren, nehmen wir auch ein Vielfaches an AGEs auf. Und das sollten wir möglichst vermeiden, denn AGEs stehen maßgeblich in Verbindung mit einer beschleunigten Zellalterung. Die Glykation, also der Prozess der Verzuckerung von Proteinen, bei dem AGEs entstehen, wird sogar als einer der Hauptmechanismen unseres Alterungsprozesses angesehen. Dementsprechend sollten wir die Aufnahme von AGEs so weit wie möglich reduzieren. Und dafür ist es ein wichtiger Schritt, auf industriell verarbeitete Nahrung weitgehend zu verzichten, weil die enthaltenen AGEs nicht etwa ein unerwittiges Nebenprodukt sind, sondern von der Lebensmittelindustrie bei sehr vielen Produkten sogar gezielt eingesetzt werden, um die Farbe, das Aroma und den Geschmack des Lebensmittels zu verändern. Der zweite wichtige Punkt ist, dass wir uns möglichst pflanzenbasiert ernähren sollten, also zu einem hohen Anteil von pflanzlichen Lebensmitteln und mit einem hohen Rohkostanteil. Denn rohes Obst und Gemüse ist ballaststoffreich, wasserhaltig, mikronährstoffreich und reich an sekundären Pflanzenstoffen. Das sind sehr wichtige Punkte, die man nicht unterschätzen sollte. Ballaststoffe sind zwar unverdauliche Nahrungsbestandteile, aber deshalb keineswegs Ballast, denn sie regen die Darmtätigkeit an, sie senken den Cholesterinspiegel, indem sie freie Gallensäuren binden, sie wirken sich positiv auf den Blutzuckerspiegel aus, indem sie die Aufnahme von Glucose im Dünndarm verlangsamen, sie fördern ein gesundes Darmmikrobiom, weil sie von den Darmbakterien zu kurzkettigen Fettsäuren abgebaut werden und sie helfen dabei, Gift- und Abfallstoffe im Darm zu binden und über den Stuhl auszuscheiden. Trotz dieser großen Bedeutung der Ballaststoffe erreicht der Großteil der Deutschen den Richtwert der DGE für die tägliche Ballaststoffaufnahme von 30 Gramm nicht. Der zweite Punkt, der hohe Wassergehalt, ist auch ein sehr wichtiger Faktor, weil wir über pflanzliche Rohkost viel hochwertiges Wasser aufnehmen und somit kontinuierlich gut hydriert sind. Außerdem nehmen wir über rohes Obst und Gemüse viele Mikronährstoffe und sekundäre Pflanzenstoffe auf. Sekundäre Pflanzenstoffe habe ich bewusst separat genannt, weil sie keine essentiellen Nährstoffe sind, sondern bioaktive Substanzen. Sie sind unter anderem Abwehrstoffe, die die Pflanze bildet, um sich vor Schiedlingen, Fraßfeinden, dem UV-Licht und vielen weiteren Umweltfaktoren zu schützen. Wir Menschen sind natürlich genauso Fraßfeinde für Pflanzen. Deshalb sind viele sekundäre Pflanzenstoffe auch für uns giftig, allerdings ohne dabei schiedlich zu sein. Gemäß des Hormesis-Prinzips triggern die Pflanzenstoffe unseren Körper und lösen gesundheitsfördernde Anpassungsreaktionen aus. So löst zum Beispiel die Aufnahme von Kurkumin aus Kurkuma oder Sulforafan aus Brokkoli die antioxidative Stressantwort des Körpers über den sogenannten KEAP1-NRF2-Signalweg aus, bei dem der Körper angeregt wird, große Mengen antioxidativer Enzyme zu bilden. Sekundäre Pflanzenstoffe sind somit durch ihre regulierenden Effekte für die Gesundheit sehr wertvoll, obwohl sie keine essentiellen Nährstoffe sind. Sie werden wie gesagt von Pflanzen zum Schutz vor Umweltstressoren ausgebildet. Unsere Kulturpflanzen heutzutage sind den Umweltstressoren jedoch nur noch in geringem Maße ausgesetzt. Sie wachsen in einer insolierten Umgebung auf, werden durch Pestizide vor Schiedlingen geschützt und müssen deshalb kaum sekundäre Pflanzenstoffe mehr zum Schutz bilden. Deshalb ist es besser, auf Pflanzen aus biologischem Anbau zu setzen. Nicht nur, weil diese Pflanzen weniger schädliche Pestizide enthalten, sondern auch, weil sie den Umweltstressoren stärker ausgesetzt sind und deshalb mehr gesundheitsfördernde sekundäre Pflanzenstoffe ausbilden. Und noch besser ist es, Wildpflanzen zu sammeln, weil diese ohne Eingriff des Menschen in einer natürlichen Umgebung wachsen und somit auf das volle Spektrum an sekundären Pflanzenstoffen angewiesen sind. Der hohe Wasser- und Ballaststoffgehalt unverarbeiteter pflanzlicher Nahrung ist wie gesagt an sich schon sehr wichtig und führt auf der anderen Seite zu einer geringen Energiedichte. Wir können relativ viel Obst und Gemüse essen und nehmen trotzdem nur wenig Kalorien zu uns. Und gerade das erleichtert uns den nächsten Anti-Aging-Ernährungsfaktor, nämlich eine Kalorienrestriktion bzw. eine hypokalorische Ernährung. Eine leichte Kalorienreduktion hat in vielen verschiedenen Spezies zu einer deutlichen Verlängerung der Lebensdauer geführt. So machen es auch die Bewohner der japanischen Insel Okinawa, bekannt als die Insel der 100-Jährigen, weil nirgendwo sonst auf der Welt so viele Menschen 100 Jahre alt werden wie auf Okinawa. Hier wird nämlich das Prinzip Harahachibu gelebt, was übersetzt so viel bedeutet wie isst dich nur zu 80% satt. Man muss aber dazu sagen, dass die Lebenserwartung in den letzten Jahren rückgleichig ist, weil die Bewohner ihre Ernährungsweise immer mehr dem Rest Japans anpassen und ihren aktiven Lebensstil immer mehr verlieren. Es geht also im Prinzip darum, sich nicht zu 100% satt zu essen bzw. dann sogar noch mehr zu essen, wie es die meisten machen, sondern kurz vor dem Sättigungsgefühl mit dem Essen aufzuhören. Wichtig dabei ist, es geht um eine leicht hypokalorische Ernährung, die aber keine Mangelernährung ist. Das heißt, die Mikronährstoffversorgung muss natürlich trotzdem sichergestellt sein. Was aber gar nicht so schwer ist, wie man denkt, wenn man auf unverarbeitete Lebensmittel setzt, die mikronährstoffreich, aber kalorienarm sind. Ein weiterer wichtiger Faktor bezieht sich auf das Timing der Mahlzeiten. Dadurch, dass uns heutzutage ständig Nahrung im Überfluss zur Verfügung steht, essen wir nicht nur viel zu viele Kalorien, sondern wir essen auch den ganzen Tag über. Mit dem Frühstück direkt nach dem Aufstehen, dem Mittagessen und Abendessen, mit Zwischenmahlzeiten und im schlimmsten Fall auch noch mit einem Snack direkt vor dem Schlafen gehen. In der Menschheitsgeschichte gab es jedoch immer Zeiträume, in denen die Menschen keine Nahrung zur Verfügung hatten und auf Nahrungssuche gehen mussten. Deshalb ist unser Körper genetisch sehr gut an Fastenperioden angepasst und nutzt gerade diese Zeit für die Regeneration. Durch das ständige Essen heutzutage sind wir diesem evolutionären Hungerstress so gut wie gar nicht mehr ausgesetzt und blockieren wichtige Regenerationsprozesse. Deshalb ist es umso wichtiger, tägliche Nahrungspausen bewusst dadurch zu schaffen, dass wir alle Mahlzeiten des Tages in einem möglichst kleinen Zeitfenster unterbringen. Zum Beispiel durch die 16 zu 8 Methode des Intervallfastens, bei dem man alle Mahlzeiten des Tages innerhalb von 8 Stunden zu sich nimmt und die übrigen 16 Stunden des Tages fastet. Zu den Regenerationsprozessen, die in Fastenphasen ablaufen, zählt die Autophagie. Die Autophagie ist unser zelluläres Recyclingprogramm, bei dem der Körper fehlgefaltete Proteine und beschädigte Zellorganellen abbaut, um die Zellen einerseits zu reinigen und funktionsfähig zu halten und andererseits, um die freigesetzten Zellbestandteile wieder zu verwerten. Die Autophagie ist somit ein wichtiger Bestandteil der zellulären Qualitätskontrolle. Sie wird aber nur dann richtig in Gang gesetzt, wenn wir über einen längeren Zeitraum nichts essen und erreicht das höchste Level nach ca. 72 Stunden Fastendauer. Deshalb kann es durchaus von Vorteil sein, zusätzlich zum täglichen Intervallfasten regelmäßig, beispielsweise einmal im Monat, eine längere, dreitägige Fastenphase einzubauen. Das sind für mich die wichtigsten Faktoren einer Ernährung, die dich jung hält und deinen Alterungsprozess verlangsamt. Ich hoffe, für dich war die ein oder andere Inspiration dabei. Wenn das der Fall ist, abonniere sehr gerne diesen Kanal und lass mir einen Daumen nach oben da. Vielen Dank fürs Zusehen und bis zum nächsten Mal. Ciao.